Musik 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 Herzlich willkommen zu einem neuen Video Tutorial von German Mintube. Heute möchte ich euch zeigen, wie man von YouTube Videos herunterladen kann. Dazu braucht ihr ein Programm namens Aetube. Ihr geht in Google rein und schreibt Aetube. Geht auf die Seite, ladet es hier herunter. Nachdem ihr es heruntergeladen habt, braucht ihr ein Video. Ich nehme mal jetzt zum Beispiel iPad. Okay. Und jetzt markiert ihr hier den Link oder hier, wo die URL steht. Kopiert hier. Öffnet Aetube Catcher. Fügt es ein. Und jetzt da, wo ihr es herunterladen wollt. Also den Speicherort. Ihr geht auf Suchen. Und jetzt könnt ihr Desktop oder Videos oder Musik halt. Wählt hier die Datei. den Dateityp aus. Also AVE und VLF sind Videodateien. So wie MP4. Wenn ihr nur den Song wollt, dann empfehle ich euch WMA. Ich nehme jetzt AVE. Klug auf laden. Das dauert nicht so lang. Jetzt wird es kodiert. Steht alles. Das ist halt unterschiedlich, wie lange es dauert, um es herunterzuladen. Weil es kommt auf die Länge des Videos an. Und auf die Qualität natürlich. Gehe ich auf ja. Viel Spaß fürs Herunterladen. Also es ist eine Freeware. Und ich hoffe, dass ihr mich abonniert. Ich habe auch ein neues Kanal-Design gemacht. Ich hoffe, ihr findet es schön. Ich will am nächsten Mittwoch, will ich mindestens 10 oder 20 Abonnenten haben. Ich hoffe, dass ihr mich abonniert. Schreibt einen Kommentar. Schreibt mir eine E-Mail, falls ihr Fragen habt. Ja. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020